Alter Falter, ich will nicht sagen, ne, aber Wir rotten mal eben hier eine ganze Spezies aus, oder was ist denn los? Das ist ja auch unfassbar, Alter Falter, rotet die mal eben die ganze Spezies hier aus. Wir haben jetzt zu viel, ich muss dir jetzt mal was abgeben. Halt, bleib mal hier, bleib mal hier, bleib doch mal hier. Ich muss mal schleppen. Hast du was für mich? Inventar, Kuh. Ja, komm, Ressourcen, kannst du alles haben. Ich muss leider alles mitschleppen jetzt. Aber wenigstens das Gute ist, wir haben gute Ressourcen. Da muss ich mal gucken, wo das jetzt hier ist. Da will ich doch eigentlich hin. Also müssen wir uns nach rechts drehen. Ein bisschen nach rechts drehen. Und kommen wir da auch schon zu. So, Scanner an. Und dann mal los. Wir wissen, was da ist. Ich bin neugierig. Tut mir leid, Leute, ich bin leider neugierig. Ich bin auf der Suche nach dem Unbekannten. Sieben Minuten weg. Bisschen aufpassen. Wenn wir zu viel rennen, kriegen wir Schaden. Oh, du wurdest mit einem Leiden belegt. Öffne das Statusmüll und Tabelle. Okay. Nicht gut. Ich glaube, wir haben uns das Bein gebrochen. Status. Du hast ein Leiden. Nimm das entsprechende Heilmittel, um dich zu heilen. Ausgelenktes Gelenk. Äh, ausgelenktes Gelenk. Oh mein Gott. Okay. Schadensresistenz, Verbrennungen, Leistenbrüche. Alter, was kannst du alles kaputt machen hier? Stichwunden. Gesundheit. Ich hoffe, ich habe was dabei. Wäre jetzt natürlich ein bisschen unglücklich. Ich habe alles Mögliche, ne? Aber das habe ich nicht dabei. Sehr unglücklich. Ich habe nichts dabei. Na gut, muss so gehen. Muss halt so gehen. Muss er durch. Dann muss er durch. Ich muss wissen, was das da hinten ist. Ich muss wissen, was das da hinten ist. Eirücken. Eirücken. Okay. Level 15, oder was? Ihhh. Nicht schießen, Junge. Und nicht jetzt, wo ich jetzt angeschlagen bin. Что? Äh, der eine ist da hinten. Wow 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 Meine Güte Immer noch 400 Meter Ah das wäre so ein Viehzeug Fasern Ich hoffe die greift nicht wieder an ey Diesmal gehe ich nämlich weiter Ist egal ich muss ja nicht jedes Vieh mitnehmen Und mal da in 1240 Metern ist auch noch was zum entdecken Weil erstmal will ich wissen was da hinten ist Fehlt noch so viel 2 von 3, 4 von 5, 1 von 4 Oh das ist so ein Krater oder sowas Lass mich zufrieden ich will ja nichts tun Will nur wissen was da ist Will nur wissen was das hier ist Äh okay Einsamer Hügel Noch ein wenig Rasa Ankylo Und das hier scheint mir nichts besonderes zu sein Ist der tot Tatsächlich Er ist tot Ja hier ist noch so ein Vieh Könnte man theoretisch was hinbasteln Aber ob man hier auf so ein Loch hier was bauen will Ich weiß nicht Auch tot Also wer Spaß an sowas hat ne Bei No Man's Sky zum Beispiel Da muss ich ja auch alles scannen Der wird hier auf jeden Fall seine wahre Freude haben Nee ich will doch gar nichts von dir Bleib weg Haha kommst nicht rein Krieg ich dich vielleicht so Tatsächlich Na komm Wow Okay 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 Na komm Habe ich dich? Sie ist schon geerntet, Mann. Dich habe ich noch nicht geerntet. Boah, Alter, was die bei uns dabei haben. Hammergut, ey. Ach, du kommst auch endlich mal wieder. Alter, ist das warm. So, wir gehen da drüben hin. 500 Meter. Wir könnten unser Schiff hier herholen, theoretisch. Aber... Nö. Wir gehen da rüber, gucken, was da ist. Was ist das? Grubennessel? Na gut, so kriegen wir unsere Scan-Punkte hier auch voll. Na, da ist noch was. Argon. Ressourcen, haben wir gescannt. Sehr schön. So, damit haben wir Argon. Jetzt fehlen uns nur noch die Flora. Einer. All dieser Schrott fällt dir nur zur Last. Lass mal was. Grubennessel. Gesundheitstechnisch geht es uns ja auch nicht so prima, ne? So langsam wird es doch. Da ist noch was. Benzol. Okay, 1500 Meter dort was. Äh, will ich mich jetzt nicht mit anlegen? Genau, da will ich doch hin. 200 Meter in die Richtung. Du musst nicht ablenken lassen. Oh. Ich müsste, glaube ich, mal was abgeben wieder. Da ist ja so ein Vieh. Oh, was denn? Was denn? Hallo? Warum killt die schon wieder so alles? Alter, da ist ganz schön Argo drauf, die Braut. Alter, ich will nicht sagen, ne? Aber. Die ist echt hart drauf. Warum? Die haben ja noch nichts getan. Und die killt hier einfach alles. Und ich muss nicht verstehen, die Alte, ne? Die muss ich nicht verstehen. Das ist nicht zu schnell. Warum die so hart drauf ist. Weil wir können die Ressourcen ja gebrauchen, gar keine Frage. Aber doch nicht so hart. Meine Güte. Na komm, jetzt hör auf zu schießen da. Wo war denn das? Ah, hier. 66 Meter. Gaslebensform. Schon wieder. Kann aber auch von denen nichts mitnehmen. Kann ich was abbauen? Nein, auch nicht, ne? Wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Misthaufen. Ich werde so... Alter, diese Misthaufen. Da ist so viel Zeugs drin, ne? Das ist der Hammer. Wo bist du? Oh, wir haben vieles Nützliches. Wart's mal ab, du. Wir haben so viel Nützliches, was wir dir geben können. Alle Ressourcen lagern. Bis nachher. So, und den haben wir auch entdeckt. Aber, Leute, wir machen jetzt... Den holen wir uns jetzt noch. Und dann mache ich auf jeden Fall Mittagspause. Weil jetzt wird es dann ganz zu warm hier. Viel zu warm. 500 Meter in die Richtung, kann das sein? Kommt ja, es kommt hin. Das ist der Richtige. Da vorne. Ich will dir nichts tun. Greif du mich nicht an. Ich greif dich nicht an. Wenn ihr seid, meine Begleiterin ist wieder ein bisschen Argo unterwegs. Also ganz cool bleiben. Wir wollen euch nichts tun. Gerade sag ich's noch. Ich will keine Munition verschwenden. Deswegen benutze ich meinen Abbaulaser. Mann, 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 Mann. 400 Meter, das gucken wir uns jetzt nur an. Schadgas. Oben Nessel. Vielleicht kriegen wir den jetzt auch noch voll. Yes, auch gut. So, Fauna haben wir voll. Ressourcen haben wir voll. Äh, Floga haben wir voll. Müssen wir nur noch die Fauna. Zwei von vier. In den Griff kriegen. Geh mal ein bisschen schneller. Und Stopp. Apropos mal Stopp. Ich muss nämlich mal ganz kurz was machen. Ähm, mal einen Punkt vergeben. Geologie. Ich würde ja gerne in den Boostpack was reinpacken. Bei Verwendung des Boostpack wird weniger Treibstoff verbraucht. Stufe zwei. Nehme ich mit. Ich habe noch einen Skillpunkt. Führgur 25 Boostpack Sprünge im Kampf was. Okay, das kriegen wir ja hin. Fliegen. Sicherheit. Medizin. Forschungsmethoden. Nahkampf. Laserwaffen. Schrotflinten. Da bin ich nicht so der Specialist drin. Gastronomie. Da können wir besser kochen. Physisch. Schleichen. Gewicht heben. Wohlbefinden. Um 20%. Nehme ich mit. 20% mehr Gesundheit. Nehmen wir mit. 160 Meter. Geh mal schneller. Schon wieder eine Gaslebensform entdeckt. Geht ja nur so ein holles Ding. Das bringt uns leider nicht allzu viel. Außer ein Kylosaurier. Ich muss ja eh sprengen für die nächsten Boost-Packs. Ey, aber da ist wieder ein Misthaufen. Da ist wieder viel Zeugs drin. Das will ich ordentlich ausnehmen. Ach. Ja, guck mal. Silber, Uran. Hier ist ordentlich was. Das lohnt sich hier für diese Misthaufen. Okay, Sarah, warte. Ja. Ich will mal dein Zeug sehen, beziehungsweise ich will mal mein Zeug bei dir loswerden. Ressourcen. So. Alle Ressourcen lagern. Danke. Wir unterhalten uns später. Genau. Was werden wir jetzt machen? Wir gehen jetzt mal auf unser Schiff zurück. Zu der eigentlichen Hauptquest. Vielleicht können wir noch was kräften. Er ist schon schön. Vielleicht können wir noch was weiterforschen. Leistungsboost. 41%. 41%. Kann ich nicht machen. Dekoration. Fertigung. Ich kann nichts bauen. Projekt verfolgen. Das weiß ich leider nicht. Gartenbau. Zähmung. Aber man kann so viel machen. Aber. Polymer. Dichtmittel. Kann ich wirklich was machen? Schade. Ich hätte gerne was gemacht. Vielleicht können wir ja mal was kochen. Du siehst so grandios aus wie immer, Captain. Äh. Was können wir denn bauen? Alienrührer, ey. Kann irgendwie gar nichts herstellen. Ist ja kurios. Warte mal kurz. Sarah. Tu mir mal einen Gefallen. Und gib mir mal deine ganzen Ressourcen, die du hast. Alles nehmen. Nein, will ich nicht. Alle Ressourcen nehmen. Okay. Wenn du überladen bist, solltest du anhalten und ausmisten. Weil es kann ja nicht sein, dass wir hier gar nichts herstellen können. Gibt's doch gar nicht. Ich hab doch Zeugs gesammelt. Aha. Mehr geht da nicht. Käse geht nicht. Brot geht nicht. Das ist echt. Das ist erbärmlich, ey. Cocktailschule. Da fehlen uns die Gewürze. Da hätten wir aber was. Cocktailschule 2. Irgendwann ist das haben wir schon mal. Dekoration. Können wir da was machen? Ja, da können wir auch ein bisschen was weitermachen. Ich badere jetzt erstmal die Ressourcen raus. Damit wir ein bisschen vorankommen. Ist noch blockiert. Fertigung. Da wäre es schwergeloser Draht. Aktiver Rahmen. Dichtmittel. Dichtmittel können wir machen. Adaptiver Rahmen. Da fehlt uns noch was. Okay, dann gehen wir noch nicht weiter. Antimikrobiotium. Aminosäuren. Zufall ist der Ergebnis. Überschuss. Beim Forschungsfortschritt wird auf eine Projektbrüche verteilt. Arzneimittel. 0,2. Sehr schön. Super. Aber Leistungsboost haben wir immer noch nicht. Argon noch nicht. Das haben wir auch noch nicht. Das ist noch blockiert. Weil wir noch nicht weit genug geskillt haben. Helmmods. Polymer. Da geht auch was. Aber reicht nicht. Verdammt. Verdammt. Ach gut, dann packen wir das mal ins... Haben wir noch mehr Ressourcen? Ja, immer auch noch Ressourcen. Warte mal. Alle Ressourcen nehmen. Sonstiges. Klebebutten. Nein. Hilfe. Verbände. Schiffsteile. Ne, da haben wir nichts. Einmal in 14.000 Credits. Probieren wir nochmal. Einfach vorankommen. Also was triggert mich ja, ne? Wenn wir nicht vorankommen. Keine Ressourcen. Nix. Dachte eigentlich, wir hätten mehr. Dichtmittel, das geht. Projekt beendet. Optik und Lasermods. Schön. Wenigstens etwas. Immerhin etwas. Na gut. Mal raus. Affen. Beendet, 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 beendet. Küche, da kommen wir nicht voran. Naja, wenigstens etwas. Wie gesagt, ein bisschen sind wir vorangekommen. Und den Rest lagern wir wieder ein. Constellation. Constellation. Okay, einmal einlagern. Anzüge. 7, 47. Missy Marine. Okay, das bleibt. Helme bleibt. Kleidung. Ressourcen. Also viel Zeugs da. Okay, haben wir auch. Alles gelagert. Gut. Aber, liebe Freunde, das sollst du heute erstmal gewesen sein. Ein paar Stunden jetzt gestreamt. Jetzt wird es ein bisschen zu warm hier in der Butze. Wir sehen uns morgen Abend wahrscheinlich wieder. Also Samstag. Mal gucken, was wir irgendwie Multiplayer-mäßig was machen. Mal gucken, welche mit den Jungs mal unterhalten. Und was so Bock hätten. Und wie gesagt, ich sage danke fürs Zusehen. Und schön, dass ihr alle dabei gewesen seid. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer. Euer. Untertitelung des ZDF, 2020